Jesus, du schenkst Frieden, bringst mein Herz zur Ruhe. Gib mir dir Frieden, oh Herr, ich brauche dich. Hallo und herzlich willkommen. Diesen Frieden Gottes, den er nur schenken kann, wünsche ich dir. Ich bin heute ganz in Blond. Und an dieser Stelle danke an meine Schwester für die Haare, für das kurze Ausleihen. Drück hier auf Stopp, um dir kurz einen Kaffee oder Tee zu machen. Nun bist du wieder zurück, dann lass uns einen Schluck nehmen. Und vielleicht noch ein Kerzchen anzünden, so Licht tut auch immer gut. Let's beginn. Warum bin ich ständig so gestresst? Warum erhole ich mich nicht, auch wenn ich genug schlafe? Wieso fühle ich mich in meinem Job so sinnlos? Gott will deinen Stress mit seiner Schabbatruhe ersetzen und deine Jobunzufriedenheit mit seiner göttlichen Berufung für deinen Arbeitsplatz. Aber dafür müssen wir unseren Blick auf Jesus richten. Er hilft uns dabei, jede Entscheidung durch seine Linse, durch die Linse von Gottes Reich zu treffen und unsere Berufung zu leben. Der Himmel ist dein und mein neuer Arbeitsplatz. Jeder Mensch hat nämlich eine Berufung. Für manche Menschen ist es das Leiten anderer Menschen. Bei anderen ist es das Lösen komplizierter technischer Probleme. Wieder andere blühen bei körperlich anstrengender Arbeit in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe auf. Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen. Und damit du diesen Plan erfüllen kannst, hat er dich einzigartig gemacht. Geht dir da ein Licht auf? Huch, ich muss aufpassen, dass durch die Haare brennen. Vielleicht besitzt du ein hilfreiches, äh, sorry, hilfsbereites, das kann auch hilfreich sein, Herz und die Gabe, andere zu heilen. Arbeitest als Arzt, Krankenschwester. Vielleicht weisst du aber auch noch nicht, was deine Berufung ist oder es gibt etwas, wofür du brennst. Aber damit kannst du dir deinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Zum Beispiel ich. Ich begleite Menschen, selbstsorgerlich. Und damit habe ich mir bis jetzt mein Lebensunterhalt nicht verdient. Was sollen wir also machen? Was sollen wir machen? Irgendwie müssen wir schließlich Geld verdienen. In der Schöpfungsgeschichte wird die Mühsal der Arbeit als Folge der Sünde dargestellt. Aber Gott möchte, dass wir unsere Berufung leben und dass unsere Arbeit uns erfüllt. Und die Offenbarung, sie verspricht eine Zeit der ewigen Ruhe, in der Gott jede Träne abwischen wird. Der Himmel, also ein ausgedehnten Urlaub, bei dem Ruhe an erster Stelle steht. Jein, also ja und nein. Wir werden im Himmel nicht den ganzen Tag faul in der Hängematte leben. Oder wie manche denken, so wie dieses Ding da vom Aloysius, der das ins Lächerliche zieht, mit Harfe spielen und das ist langweilig. Aber das Gefühl, uns ständig abhetzen zu müssen und nie gut genug zu sein, wird der Vergangenheit angehören. Genauso wie Chefs, deren Leistungsdruck oder Wutanfälle dir dein Leben oft so schwer machen. Denn Jesus möchte, dass wir aufblühen. Ich habe den Faden verloren. Entschuldige. Ich habe den Faden wieder gefunden. Also Jesus möchte, dass wir aufblühen und unser Potenzial entfalten. Im Gegensatz zu manchen Chefs, die sich wie moderne Sklavenhalter verhalten und ein Maximum an Leistung aus ihren Angestellten herauspressen wie eine Zitronenpresse wollen, führt Jesus liebevoll und weiss immer, wo die Grenze zwischen Über- und Unterforderung bei uns liegt. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ja alles schön und gut, dass aber dein Arbeitsplatz nicht im Himmel ist, sondern auf der Erde und damit Stress und Konflikt mit Kollegen zu deinem täglichen Arbeitsleben gehört. Du kannst aber schon im Hier und Jetzt erleben, wie es ist, für den besten Chef aller Zeiten zu arbeiten. Kennst du ihn? Jesus. Denn er ist immer dein wahrer Chef, egal wer als dein Vorgesetzter in deinem Vertrag steht. Er, Jesus, sorgt dafür, dass du deinen Job bekommst. Er stattet dich mit den nötigen Fähigkeiten aus und er lädt dir nie mehr auf, als du leisten kannst. Außerdem gibt er dir die wichtigste Bezahlung überhaupt. Er schaut dich liebevoll an und freut sich über jeden noch so kleinen Erfolg. Er kann und wird dir Gelegenheit schenken, nicht erst im Himmel, sondern bereits jetzt hier auf der Erde. Gelingen, nicht Gelegenheit. Er wird dir Gelingen schenken. Verzeih, dass ich heute ein paar Versprecher habe. Wusstest du, dass das Joch des Treibers, Jesaja 9, 3, zerbrochen ist? Da steht, Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstamme auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage mit Jans. Und im Vers 5 steht dann, der Herr hat den Stock der Gottlosen zerbrochen, die Rute der Herrscher. Der Stock, der sie schlug, er ist zerbrochen, steht in Jesaja 14, 29. Also, komm aus dem Hamsterrad raus. Natürlich, wir sind uns einig. 1. Mose 3, 17 sagt, Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört, sagt Gott zu Adam und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten habe. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Oder in Offenbarung 21, 18, du bist auf ihn, den Ackerboden angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Oder Offenbarung 22, 19, du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe, denn du bist Staub und von der Erde, und zu Staub musst du wieder werden. Das haben wir jetzt alles gehört. Aber er sagt uns auch in Offenbarung 22, 3, und lass dir das jetzt auf der Zunge zergehen, schliess deine Augen. Dort, also im Himmel, wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirn tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, sodass sie keine Beleuchtung mehr brauchen. Nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten, und sie werden königlich herrschen, für immer und ewig. Halleluja! Und in Offenbarung 21, 4 steht ja, was ich vorher schon sagte, dass Gott all unsere Tränen abwischen wird. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, kein Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Man könnte sagen, Jesus hatte auch einen Job, eine Job-Description. Aber er ließ sich nie von der Not leiten. Stellen wir uns vor, als es hieß, dass sein guter Freund Lazarus gestorben war. Er ließ sich nicht ins Hamsterrad sperren und mit dem Stock des Treibers drängen in seinen Job. Sondern er war geistgesteuert, nicht notgetrieben. Natürlich sagst du jetzt, sorry, mein Chef hat gewisse Anforderungen an mich. Ja, das kann sein. Aber ich erlebe immer wieder Menschen, die könnten Tag und Nacht in der Firma sein. Es gäbe immer was zu tun. Also du musst wirklich eine gesunde Work-Life-Balance haben, wie das heute heisst. Lass uns auf diesen Schock einen Schluck Kaffee oder Tee nehmen. Weisst du, ein gesundes, ausgeglichenes Umgehen mit Arbeit und mit Ruhezeiten. Und wir sind alle heute so gestresst. Sei es auf der Arbeit, privat, mit Rechnungen, mit den ganzen Medien, die auf uns einprasseln. Vielleicht gesundheitlich, gewichtstechnisch, was auch immer dein Thema ist. Deshalb ist es sehr gut, wie ich es zum Beispiel mache, ein Tag pro Woche. Offline sein. Ich habe eine tolle Schlafmaske, sie noch nicht eingeweiht. Da steht drauf, Offline. Ich merke, wie mir das gut tut, einfach mal. Wirklich nicht erreichbar zu sein. Und früher, als ich in der freien Marktwirtschaft ein Rädchen war, bin ich sogar arbeiten gegangen, wenn ich krank war. Aber ich musste feststellen, dass niemand Danke sagt. Denn, wenn du dort bist, erwarten sie die gleiche Leistung, wie wenn du gesund wirst. Sie haben nämlich nicht die Kapazität, die ganze Zeit zu denken, ja, die ist ja krank oder der ist krank. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein Blüscherzli. Mehr als alles andere, pass auf dein Herz auf, denn es ist die Quelle des Lebens. Aus ihm quillt das Leben. Also pass auf dich auf. Du lebst nicht, um zu arbeiten. Du arbeitest, um dir das Leben zu finanzieren. Aber Gott ist dein Arbeitgeber. Finde diese gesunde Work-Life-Balance. Es ist wie, breites Beispiel oder Vergleich, Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Ich kann nicht immer nur rausnehmen. Ich muss auch mal reintun und ab und zu abtauen. Gut, die heutigen Modellen vielleicht nicht mehr so, aber stell dir eine Gefriertruhe vor. Die muss man ab und zu abtauen. Also, taue auch ab und zu ab. Tauche ab. Hey, ich wollte dir noch was sehr Wichtiges sagen, falls es dir noch keiner heute gesagt hat. Schön, dass es dich gibt. Mit diesem Video grüsse ich speziell noch Mara. Das ist das Haar, das dich interessiert. Ich komme bald vorbei. Das ist nicht cool. Nein, nein. Danke, 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 dass es dich gibt. Und freu dich über alle Probleme, die du nicht hast. Sei dankbar. Sei dankbar im Kleinen. Gönn dir auszeiten. Weisst du dieses, ich muss noch das und jenes, ob das jetzt die Arbeit oder Privat betrifft, auf der Arbeit vielleicht noch er. Du musst gar nichts. Du sollst ein guter Verwalter von dir selber, deinem Körper und deiner Zeit sein. Deshalb hilft es am Morgen über der Agenda zu brüten, indem man sagt, Jesus, zeig mir, was heute dran ist. Dann muss man auch, wenn nachher der Kritiker kommt oder der Ankläger und sagt, ja, du sollst dich jetzt mal bei der melden, bei jenen melden, dann sagen du, nein, ich habe mit Gott über der Agenda gebrütet. Und auch bevor du zur Arbeit fährst, stell das vollbrachte Weg des Kreuzes zwischen dich und dem Arbeitsplatz und dem Chef. Das würde dann etwas so tun. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für meine Arbeit und dass du der Arbeitgeber bist. Du bist der, der mich befähigt, diese Arbeit zu tun. Lass mich heute nur hören, was du möchtest, dass ich höre und nur sehen, was du möchtest, dass ich sehe. Lass mich ein guter Arbeiter sein, dass ich auch ein Wohlgeruch für dich bin. Aber lass mich die Arbeit auch nicht mit nach Hause nehmen, sondern die Arbeit auf der Arbeit lassen. Ich hole mir deine Perspektive jetzt ab auf meine Arbeitskollegen, mein Chef und mein Umfeld und ich stelle das vollbrachte Weg des Kreuzes zwischen mich und jeder Macht, sei sie sichtbar oder unsichtbar in Jesu Namen. Ich bin nicht stressgetrieben, notgetrieben, sondern geistgeführt und geistgesteuert in Jesu Namen. Amen. Du kannst mir eine große Freude machen, indem du dieses Video likest. Es taucht nämlich dann im Algorithmus auf, der anderen, es vielleicht sogar teilst für neue Abonnenten. Denn nicht nur, weil ich es selber mache, finde ich es einen guten Kanal. Ich finde es einfach einen guten Kanal, weil, hey, ob du es glaubst oder nicht. Ich schaue unregelmässig aktuell meine Videos an und wenn ich dann höre, dass ich erzähle oft, dann denke ich, wow, das kann nicht von dir gewesen sein, Andrea. Das muss Gott gewesen sein. Und das ermutigt mich. Und ich möchte viele Menschen ermutigen. Ich definiere mich nicht über Anzahl Abonnenten. Das habe ich behind me gelassen. Aber es wäre doch toll, wenn ganz viele Menschen die frohe Botschaft hören auf eine hoffentlich einfache, lustige, schöne, kreative, herzerfröhende Art. In diesem Sinne, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Tschüssi, Büssi.